Auto zu langweilig? Nicht schnell genug? Individuell. Anders. Besser. SW-Tuning. 2, 5, 7. 2, 5, 7, 1. Herzlich willkommen bei SW-Tuning Television. Mein Name ist Sebastian und ich zeige euch heute den Ein- und Ausbau von Scheinwerfern an einem Cayenne 958 4-Facelift-Modell. Sowie das Umrüsten von Xenon auf Voll-LED-Scheinwerfer. Man sieht hier den Voll-LED-Scheinwerfer, hier drüben den Original Xenon-Scheinwerfer. Lasst euch überraschen wie schnell das geht und nach dem Einbau und Umbau würde es mich freuen, wenn ihr Kommentare abgebt, liken, teilen, immer weit in die Welt hinein. In diesem Sinne, viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.